Wir bieten ein sehr breites Spektrum an Gesundheitsprodukten, an all unseren Standorten an. Die Kunden kommen zu uns mit verschiedenen Bedürfnissen. Wir haben sehr viele ältere Kunden, die die Anfrage haben und das Bedürfnis nach einem Mobilitätsprodukt. Wir haben aber auch ganz viele junge und Sportler, die für ein Produkt kommen, um ihre Leistung zu optimieren. Um einige Beispiele zu nennen, wir führen Produkte wie Gesundheitsschuhe. Wellness- oder Hygieneprodukte, Bandagen bei Knochen- und Bandverletzungen oder auch Rollatoren zur alltäglichen Mobilität. Was uns am Herzen liegt, ist, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir jeden Kunden individuell und kompetent beraten können.